Ich habe ein Päckchen bekommen und anscheinend ist es von einigen Zuschauern, die sich zusammengetan haben. Es ist so schön eingepackt. Nicht aufs Beinamen fokussieren. Liebe Schanaya, du hältst ein Geschenk in den Händen, das deine Community für dich erschaffen hat. Wir hoffen, dass dir unser Geschenk gefällt. Vielleicht erkennst du ja, was uns als Inspiration gedient hat. Okay. Sagt es nicht meinem Freund oder meiner Familie, aber das ist das schönste Geschenk, was ich je in meinem Leben bekommen habe. Ich hatte eigentlich vor, einen Blumenmädchenkalender zu machen. Ich habe es aber einfach nicht geschafft, weil ich überarbeitet war. Ich hatte aber diese ganze Idee schon und die Skizzen angefertigt, aber ich habe es einfach nie fertiggestellt. Also haben diese wundervollen Menschen wie oder ähnliche Bilder gezeichnet und mir den Kalender gemacht, den ich so gerne haben wollte. Guckt es euch an. Oh mein Gott. Man sieht wirklich bei jedem den eigenen Stil. Wow, guckt euch das an. Oh, wunderschön. Ich habe die beste Community aller Zeiten.